Servus Leute und willkommen zurück zu H1Z1 zusammen mit Bullitzer. Hallöchen. Ja, schauen wir mal wie es weitergeht. Wir wollen ja noch immer noch Granberry. Ich habe keine Ahnung. Die Stadt heißt ganz anders. Nein, die heißt Granberry. Oder sie hat zumindest früher so geheißen. Ganz am Anfang. Ob sie jetzt auch noch so heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Pfeil und Bogen laufen soll oder mit meinem Gewehr. Also ich habe jetzt mein Sturmgewehr in die Hand genommen. Hast du Schüsse auch? Ja. Ja? Wie viele? Ja, vier. Achso. Also nicht wirklich viel, aber als... Wahrscheinlich ist es kurz einmal draufdrücken. Hab... Ne, ist nur... Ist kein Autofeuer. Okay. Ist ja eben ein bisschen komisch, aber... So wie... Warte mal, wir können ja gleich da so links vorbeilaufen und dann hoch. Dann brauchen wir nicht da extra rechts vorbeilaufen. Ich mache mir immer ein paar 50 mit. Oh, da hüpft das Rehrollen. Ja, da bin ich daneben gestanden und dann hat's... Achso, jetzt kann ich keine Woodsticks mitnehmen, wenn ich das so ausgeschüttet habe. So beschissen. Ach, naja. Bei allen anderen... Da liegt der Auto. Ja, genau. Brauch ich nix. Das nehm ich nicht mehr mit, weil das zahlt sich nicht aus. Oder? Scrap Metal, Scrap of Glows und... Scrap Metal, Scrap of Glows und... Rappen, 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 Rappen... Ich hab' die Sorge. Ich hab' die Schuld. Hey! Hey! Wow, lass mich die nehmen, bitte. Ja, nimmst du. Ein Schuss hätte ich noch, wenn du haben willst. Ja, komm, ich hab' so viel Munition. 13 Cent Schuss für die Pistole. So, da vorne ist die Straße. Wir müssten, glaub' ich, noch weiter in die Richtung. Aber ich hab' jetzt schon Woodsticks. Ja, ein paar Woodsticks hätt' ich. Machst du das Haus und wirft' ich mir mal noch 3-4 Woodsticks, was ich machen kann. Moment mal, ich glaub' das ist das Haus, wo ich beim Battle Royale draufgegangen bin, ich weiß. Bist du sicher? Da waren wir aber nie in der Gegend, war der Punkt. Ach, ich hab' gerade noch Munition hier gefunden. Für wen? Für mich oder für dich? Ah ne, stimmt, das ist ein anderes. Dich. 308, da? Ich bin noch draußen. Entweder wir laufen jetzt auf die Straße wieder und laufen dort weiter. Oh, Saline hab' ich gefunden. Saline ist ja ganz einfach. Wasser. Salz. Plus Salz, oder? Terrified Water. Dort unten, ich geh' mal dort zu dem Fluss hinunter, da liegen 3 Autos drin. Wollte grad sagen, ne? Das schaut nicht schlecht aus, vielleicht findet man ja dort was. Da kann ich dir sagen, was da liegt. Hm? Happen Repair. Das ist meistens so, oder? In letzter Zeit. Das eine Auto ist schon halb im Fluss versunken. Wettmüllberghit. Ich weiß nicht, was da los ist gerade. Aber ich will's gar nicht raus haben, weil wir kommen ja sowieso nicht mehr vorbei. Scrap auf close, wird möglich, okay. Hast du das erste Auto da schon? Den Van? Scrap Metal. Boah, nix, ne? Nix, was wir brauchen können. Wettmüll, wir haben nachher Sparkplugs und Batterie und dann werden wir erschossen. Ja, oder wir werden nicht erschossen, müssen aber die ganzen Scheiß-Weg zurücklaufen. Ja, ich glaub nicht, dass wir das in der Aufnahme-Session auf alles zurücklaufen werden. Beziehungsweise, auch wenn wir's finden, werden wir immer rechtzeitig hinkommen. Oh, da hast ne Tanke. Wo? Nix, ganz versteckt. Ja, glaubst du, dass da was ist? Gehst du oder soll ich? Mach ich da... Das ist halt der Vorteil. So, liebe Leute, ich bin wieder live dabei. Ach, okay. Halt bei mir jetzt nur wieder mal das Spiel geschlossen. Weil das war noch ich ja... Das ist das Gute jetzt mit VRT-Xlore. Ich bin jetzt im Bad und du kannst weitermachen danach wieder. Ich schneid's nachher die zwei Bads zusammen und bin fertig. Aber da drin hab ich leider keinen Sparkplugs bekommen. Ja. Waren wir irgendwie klar? Muss ich ehrlich sagen. Ist da ein Wolf? Wo? Ich höre ihn zumindest. Ich höre nicht, ich sehe ihn. Gehen wir weiter die Straße, oder? Sozusagen. Wir könnten aber... Gehen wir oben lang oder unten lang? Ja, wir müssen jetzt nachher irgendwann die Gnade wieder zusammen, die zwei Straßen. Das ist ziemlich egal. Ich glaube da vorne ist nachher ein... Äh... Da kann man nachher links abbiegen gleich einmal. Dann kommen wir direkt wieder zusammen. Da unten wäre aber eine Tankstelle. Hä? Deutschland wird's sowas nicht geben. Was? Komische Strafe. Bist du sicher? Da habt ihr nur ganz gerade, oder? Immer nur. Da kommt der Wolf. Da kommt der Wolf. Hast du ihn gar nicht geschossen? Ja, aber er ist nicht tot. Ich fühle mich gerade ein bisschen. Oh, Moment. Ich hab nur keine... Ich hab nur mehr zwei Pfeile. Ich hab nur angeschossen. Was? Ich bin hier angeschossen. Das heißt... Du wirst sie den kriegen gehen. Ich hab ja den Wolf schon. Ein Pfeil war da noch. Da ist aber auch, das sind die falschen Gebäude, wo die Batterie war, das ist eine richtige Tankstelle, das ist mehr so eine Supermarkt-Tankstelle, das ist ein Unterschied, glaube ich. Hier sind überall Dünger, hier kriegst du überall Dünger, tausend Dünger. Wir könnten Großbauern werden. Genau, wir verbinden einfach H1 Z1 mit Landwirtschaftssimulator. Oder Spiel, Police Car Headlines. Ich finde sie auch lustig, da draußen siehst du die nächste Tafel, da sind einfach 10 oder 15, na 10 sind es glaube ich, Bosskästen nebeneinander. Da oben ist wieder Zeug. Da könnte man aber nachschauen, wie wir hingehen müssen, hast du eine Taschenlampe, dass man das besser sieht? Weil ich sehe den roten Punkt nicht. Wo sehen wir den? Siehst du den roten Punkt? Doch da, da, da. Okay, und wir müssen da, wir wollen nach Quirnberg, siehst du das, wie weit das noch ist? Ah, ist schon ein Stück. Aber wir könnten vielleicht zu Opfer Wildnis Camp gehen, zuerst da hin. Oh, oh. Und dann dort hin. Ja. So, jetzt habe ich keine Pfeile mehr, ich brauche die wieder. Dann müssen wir jetzt einfach genau da lang. Ja, dann machen wir das doch. Jetzt haben wir mal ein bisschen so, so Punkte von der Karte zählen. Normalerweise haben wir, unser Großteil ist eigentlich immer nur in der Hauptstadt aufgehalten. Wenn wir eine Basis gebaut haben. Hast du, warte mal, sag mal ruhig. Was war jetzt? Das hat sich wie ein Bogenschuss angehört. Das ist so eine Garage, da gehe ich jetzt mal ein. Vielleicht findet man hier was. Der Turbolader. Jetzt soll ich den mitnehmen. Ich habe den Turbolader. Ne, ich habe jetzt auch einmal einen mit. Falls einer von uns stirbt. Na, meistens bin ich, dass der stirbt. Na, das letzte Mal nicht. Ja, da sind wir beide gestorben gleich. Gehen wir die Häuser durch oder lassen wir die? Ich habe nochmal hochgegangen, aber... Ich glaube auch nicht, dass die Sparkplugs... Sparkplugs in irgendeinem Container sein werden, sondern die werden hundertpro einfach irgendwo rumliegen. Ich bin jetzt wieder bei dem Haus neben der Straße direkt. Holen wir da ein paar Woodsticks, weil ich brauche wieder Pfeil und Bogen. Was liegt hier? Ein Combat Knife? Combat Knife, brauche ich keins. Raus, direkt bei der Straße. Stein oder was? Was? Der liegt die Seite oder was? Ja, ja, also ein kleines. Warte mal, ich komme zur Straße raus. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt links... Ich bin jetzt unten auf der Straße auf der Kreuzung. Auf der großen. Äh, großen. Ich mache mir da einmal ein paar Pfeile und stelle mich wieder einmal mitten hin. Was für eine Straße? Hä? Da ist so eine Straße unten Kreuzung. Keine Ahnung, wo du bist. In die Richtung, wo wir weitergehen wollten. Wer fällt ein, wollte ich eigentlich weitergehen. Okay, wo bist du jetzt? Komm, wenn ich mal... Ich glaube, ich bin gleich da, wo du, glaube ich, meinst. Ja, ich bin aber jetzt wieder weglaufen. Kommt zu der Brücke zurück. Ah, das ist ja wie wir... Wo bist denn du jetzt? Ich weiß ja nicht. Ich bin hinter dieses Haus gelaufen jetzt. Er geht so eine Straße runter. Da ist er. Da ist er. Hinter dir. Hinter dir. Ah, ja, da hinunter. Und ich habe die Kreuzung dort unten gemeint. Kreuzung? Da. Na, da unten ist eine Kreuzung. Uh, ich muss was trinken. Ich habe nur mehr 90%. Ich trinke jetzt Stecknet-Water. Kriegst ein bisschen Schaden, aber... Und dann hole ich meine Goster-Vögel-Kran. Nein, das geht schon. Oh, was ist denn das hier? Nagel, da kommt man gar nicht. Äh. Wo willst du jetzt weitergehen? Die Straße rechts oder geradeaus weiter? Ja. Halben in den Zaun kommt man nicht drüber. Wo bist du jetzt? Ich bin in das Haus reingelaufen. Ich glaube, da hat sich wer eine Art Base baut, oder? Oder sind das solche Häuser, die standardmäßig sind? Da ist Water. Bärehaus. Stecknet-Water. Aber sonst ist nichts, oder? Da ist nochmal Wasser, oder? Ja. Scrap Metal und Crowbar. Sonst ist gar nichts erinnern gewesen. Da oben ist ein Bär. Ja. Du kannst dich gerne anlegen damit. Du hast doch ein Scharfschützengewehr. Benutze es doch mal. Wo ist er denn? Da oben. Da oben, okay. Direkt auf den Bergkamm. Wollen wir mal den Bär unterschießen? Mal versuchen Kopfschuss. Scheiße. Der ist jetzt schnell. Hast du ein Messer? Nein, der schießt wie auf mich. Ich bin tot. Was? Ja, ich hör's. Auch ein Scharfschützengewehr hat er gekauft. Soll ich wie Bordlaste? Wie ist es voran? Gebiete! Wo bin ich denn? Ich hab mich jetzt in das Haus gesetzt, wo wir eben dran... Kannst du mir Koordinaten ungefähr mal von dir sagen? Alter! Minus 2600... Plus 152... Okay, bin ich fast in der Nähe, sagen wir so. Das Haus, wo wir eben als letztes drin waren, hat er doch nur einen Eingang, oder? Ja, den hinteren. Ja, den hinteren. Ja, und okay, dann verschanze ich mich jetzt mal einen Moment. Mal gespannt, ob er mich holen kommt, der Typ. Ich renne jetzt, bin jetzt bei Minus 3000 und renne im Plus-Bereich und bin bei Minus 700 und renne auch in den Plus-Bereich. Sollte eigentlich passen. Du hast gesagt 2800, oder? Minus den ersten Wert. Minus 2600. Oder 600, ja. Und dann Plus 100 irgendwas hast du gesagt gehabt. Dann bin ich eh gleich bei dir. Das ist nicht so weit. Wir hätten doch nicht den Dumm... Jedes Mal, wenn ich einen Bär angreife, sterbe ich. Jedes Mal. Und wer ist schuld? Wer hat mich dazu überredet? Wer hat mich dazu überredet? Ich mache nichts mehr mit dir. Das ist unfair. Ah, Spaß beiseite. Ich bin gerade bei der einen Brücke, wo die versunkenen Autos waren. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt auf mich lauert, ne? Das Wasser ist sehr tief geworden. Ich bin gerade unter dem Wasser gewesen. Halt den Kopf. Das Wasser war über den Kopf. Ich war lieber die Pistole in die Hand. Hast du den in meinem Jagd gewählt, Moment? Ah, das hat der nur keine Schuss mehr gehabt. Blödsinn. Ich bin jetzt bei Minus 2900 und Minus 290. Ah, fast da. Minus 2600, 152. Ja, fast. Das sage ich ja, ich schaffe das noch fast in diesem Bad. Ich bin gespannt. Wenn ich wieder zu dir komme. Der Typ dich dann wieder nochmal wegknallt. Das kannst du wirklich haben. Ich bin gerade bei der einen Tankstelle, wo es mich vorher rausgeschmissen hat. Ja. Wir haben vorher den Bad nicht länger gemacht, oder? Oder ist das der Bad, weil es sich jetzt zusammensprete? Das ist der Bad, glaube ich. Ja, dann müssen wir sowieso länger machen. Kurz. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin jetzt wirklich gerade ein Pistole. Ich bin gleich für dir. Ich bin gespannt. Also ich bleibe jetzt erstmal in dem Haus und sicher nicht. Ja, ich loote mir das Zeug dort einfach weg. Wenn er nicht dort steht. Und wenn er dort steht, sage ich, dass du rauskommst und ihn da schießt. Ja, ganz einfach, oder? Ich bin in... Zehn Sekunden da. Ey. Ich bin mal gespannt, ey. Jetzt höre ich gleich wieder Schüsse. Bam, bam. Tot. Nein. Das wäre extrem heftig. Das ist aber auch extrem krass, dass du direkt da gespawnt bist. Ja, das ist wirklich guter Spawnpunkt gehabt. Ich bin jetzt gleich bei dem Haus. Wo du drinnen bist. Gegen deine Sachen noch rum? Ich sehe gerade keinen Satchel. Ich bin noch, ich weiß nicht, 20 Meter entfernt. Weißt du, wo du gestorben bist? Ja, ja, ja. Ich weiß, wo ich gestorben bin. Ja. Liegen noch herum. Ich loote das gleich wieder raus. Alles. Äh. So, drop. Bin jetzt halt mal gespannt. Okay, vielleicht denkt er jetzt, du bist ein neuer Spieler. Deswegen killt er dich nicht. Nicht wundern, ich habe eine Flare anzunden. Okay, ich sehe nämlich den Lichtschein so ein bisschen. Du legst es aber auch darauf an. Nein, wieso? Wie kommst du da drauf? So. Ich komme nach dem Haus. Falls du da jetzt reinkommst. Ich komme jetzt rein. Okay. Warte mal. In... 2, 1, jetzt. Du bist ein Arsch. Genau, auf die Seite, wo du hingeschossen hast, bin ich hingegangen. Alter, ich habe nicht geschossen. Wer denn? Hast du nicht geschossen? Nein. Ich habe nicht geschossen. Ich kenne jetzt, ich glaube, du hast geschossen. Alter, das Licht an. Alter, ich habe nicht geschossen. 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 Alter, ich habe nicht geschossen.